Die Begrüßung der Hausdame klingt nicht herzlich und das ist Absicht. Sie legt Wert auf züchtiges Benehmen. Jungen und Mädchen brauchen heutzutage jemanden, der sie maßregelt. Diese grimmig blickenden Großmütter verstecken ihr Alter unter dicker Schminke. Einige sind 23, die älteste ist 1977. Das Café Rottenmeier in Tokio geht auf die Zeichentrick-Serie Heidi aus dem Jahr 1974 zurück, die das Alpenmädchen weltweit bekannt machte. Die Kellnerinnen sind als Fräulein Rottenmeier verkleidet, die strenge Hausdame aus der Serie. Obwohl Japan weltweit den höchsten Anteil an älteren Frauen hat, vergöttern die Japaner junge Frauen. Die jungen Frauen, die als Dienstmädchen in Cafés bedienen oder in der Subkultur dargestellt sind. Warum aber nicht auch Cafés mit Großmüttern? So etwas hätten wir schon längst aufmachen sollen. Nach einem eher spröden Beginn machen die Kellnerinnen Stimmung. Sie singen zur Musik, bereiten Gerichte zu und fordern die Besucher zum Mitmachen auf. Die Show richtet sich an ein vorwiegend weibliches Publikum, ganz anders als in den in Japan sonst üblichen Dienstmädchencafés. Dort servieren niedlich zurechtgemachte Mädchen mit Schürze und Haube Tee für männliche Besucher. Ich dachte, es wäre lustig, in ein Café mit Großmüttern als Bedienung zu gehen. Ich kenne mich bei Heidi nicht gut aus, aber ich wollte mir das selbst mal ansehen. Das Café Rottenmeier gibt es nur für die Dauer einer Kunstausstellung, ganz im Gegensatz zu den normalen Dienstmädchencafés überall in Japan. Aber die gebieterischen Großmütter sind sich sicher, sie haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen.